Ja, hallo zusammen, ich bin Dr. Christian Behrendt. Heute gehen wir der Frage nach, ist eine Bandscheibenvorwölbung und eine Bandscheibenprotrusion schlimm? Ja, du hast vielleicht in deinem MRT-Befund gelesen, dass du eine Bandscheibenvorwölbung hast oder der Fachausdruck dafür ist ja Bandscheibenprotrusion, Vorwölbung, wie auch immer. Ja, und jetzt willst du wissen, was sollst du machen? Der Doktor hat gesagt, ja, machst du ein bisschen Krafttraining und dann wird das alles wieder gut. Ist das das Richtige? Ist es überhaupt was Schlimmes und tut es überhaupt weh? Die erste Frage ist, tut es weh? Das kann sein. Also, du musst dir immer vor Augen führen. Du gehst zum Arzt, der untersucht irgendwas und dann bleibt ja nicht viel übrig. Es gibt ja eigentlich neben der Untersuchung nicht viel, ein Röntgenbild kann man machen. Und man kann ein MRT machen. Und was sehen wir denn auf so einem MRT? Auf so einem MRT sieht man halt die Bandscheiben. Was anderes sieht man halt nicht so richtig. Und insofern kann man halt nur die Bandscheiben beurteilen. Und nachdem du im MRT warst, guckt der Doktor halt die Bandscheiben an und entweder ist die Bandscheibe in Ordnung oder sie ist vorgewölbt oder sie hat einen Bandscheibenvorfall oder sie hat eine Bandscheibendegeneration oder sie ist überhaupt nicht mehr da oder total kaputt. So, das sind so die Möglichkeiten. Und da ist die Frage, tut so eine Vorwölbung weh? Das kann ich dir nicht beantworten, diese Frage. Denn es kann sein, dass sie weh tut. Ja, es kann aber auch sein, dass irgendwas ganz anderes weh tut. Dass du irgendeine muskuläre Verspannung hast und man hat ein Foto zufällig davon gemacht. Ja, ich blende dir hier mal was ein. Du siehst jetzt hier einen Autoreifen und dieser Autoreifen ist völlig in Ordnung. Und daneben, da siehst du, dass da sozusagen, dass eigentlich ein Lastwagen ist. Und wir haben aber jetzt sozusagen MRT gemacht und auf dem MRT, da sehen wir eben nicht den ganzen Mensch und wir sehen auch nicht alle Funktionen dieses Menschen, sondern wir sehen jetzt hier sozusagen auf diesem MRT nur von diesem Lastwagen den Reifen. Weil das haben wir aufgenommen. Das ist die Bandscheibe. So, und jetzt sehen wir ein Bild da drunter. Da siehst du, dass dieser Autoreifen, der ist irgendwie halb zusammengedrückt. Und da würdest du denken, okay, das ist jetzt eine Bandscheibenvorwölbung. Siehst du, das wirbt sich unten der Reifen so vor, wie wenn der halt so ein bisschen platt ist. Und dann denkt man, hey, da ist sozusagen jetzt die Bandscheibenvorwölbung, das muss jetzt wehtun. Und ja, jetzt guck dir mal den Lastwagen dazu an. Und wenn du den Lastwagen siehst, dann siehst du, dass der ziemlich viele Steine in seinem Kofferraum geladen hat. Und die Steine in dem Kofferraum, die sind ja eigentlich der Verursacher von dieser Bandscheibenvorwölbung, also von diesem Reifen, der da eigentlich jetzt so ein bisschen halb platt ist. Aber von diesen Steinen, da haben wir eigentlich kein Foto, sondern wir haben das Foto von der Bandscheibe gemacht eben. Und wenn du noch das Bild darunter anschaust, dann siehst du, dass wir da einen vollkommen platten Autoreifen haben. Und wir sehen auch hier wieder nur das, das ist ja die Aufnahme von unserem MRT. Du siehst daneben ja auch die Bandscheibe, die ist daneben dargestellt. Und du siehst hier platte Autoreifen, platte Bandscheibe. Muss man sagen, hm, kaputt. Jetzt guck dir mal den Lastwagen an. Schau mal, wie viel der hinten an Steinen im Kofferraum hat oder auf seiner Ladefläche. Und du siehst, der ist bis oben in voll. Das heißt, stell dir mal vor, du fährst jetzt mit diesem Lastwagen in die Werkstatt und sagst, oh, platte Reifen. Und wir machen da jetzt sozusagen an diesem platten Reifen einfach mal neun hin. Wird das Bild hinterher genau gleich aussehen. Das ändert ja nichts. Das, was eigentlich das Problem ist, sind entweder zu viele Steine auf der Ladefläche oder zu wenig Luft. So eine Bandscheibe, die können wir schlecht mit Luft aufpumpen. Also können wir nur an den Steinen arbeiten, die da auf der Ladefläche liegen. Und das ist dann eigentlich die Lösung. Wir müssen also gucken, was sind denn die Steine. Und das blende ich dir jetzt mal ein. Und du siehst jetzt hier, dass sozusagen wir jetzt mal sehen, was das eigentliche Problem ist. Und das können wir auf diesem MRT nicht sehen. Denn wir können zwar die Muskeln so ein bisschen sehen auf dem MRT, aber wir können nicht den Zustand dieser Muskulatur sehen. Und wenn du jetzt sozusagen das mal vergleichst, sozusagen die oberen Bilder alle, also sozusagen die normalen Autoreifen und daneben die normale Bandscheibe und daneben wieder sozusagen die Muskulatur. Dann sieht das alles ziemlich gesund aus. Du hast einen schlanken Muskel, du hast schlanke Bänder neben der Bandscheibe. Und sozusagen das ist alles in Ordnung. Und wenn du jetzt die nächste Zeile anguckst, dann siehst du, dass diese Muskulatur verkürzt ist. Und diese Muskulatur, das entspricht dem, was da hinten in dem Lastwagen drin ist, nämlich diesen Steinen. Und du siehst dann auf diesem mittleren Bild in die Bandscheiben Vorwölbung. Das heißt, die Bandscheibe ist noch nicht geplatzt. Es ist halt einfach nur ein bisschen vorgewölbt. Und das ist das Problem, was wir auf so einem MRT nicht sehen. Das heißt, deine Bandscheibe ist vorgewölbt, weil der Druck zu hoch ist, weil die Muskulatur zu kurz ist. Und diese zu kurze Muskulatur löst eben eine Bandscheibenvorwölbung aus. Wenn die Muskulatur noch kürzer wird, noch mehr drückt, das siehst du auf den unteren Bildern, dann ist die Muskulatur so dick und so kräftig geworden, dass sie hier die Bandscheibe richtig zerquetscht. Und dann kann es zu einem Bandscheibenvorfall kommen. Und wie du jetzt hier sehen kannst, ist sozusagen diese Bandscheibenvorwölbung eigentlich eine Vorstufe zum Bandscheibenvorfall. Das ist ja auch bekannt, das ist nichts Neues. Aber sozusagen das, was dir dann empfohlen wird, ist Muskulatur kräftigen, sozusagen noch mehr Steine hinten draufladen, damit das stabiler wird. Und das kann eben dazu führen, dass du dann irgendwann einen Bandscheibenvorfall bekommst. Und um das zu verhindern, müssen wir den Weg rückwärts gehen. Das heißt, wir müssen Steine abladen. Und die Steine abladen bedeutet, wir müssen unsere Muskulatur entlasten, dass sie nicht mehr so sehr die Bandscheibe zusammenzieht. Und insofern ist die Bandscheibenvorwölbung oder Bandscheibenprotektion eigentlich etwas sehr, sehr gefährliches. Denn so eine Bandscheibenvorwölbung führt ja irgendwann dazu, dass die Bandscheibe dann vielleicht mal ganz platzen kann. Und insofern muss man es wahrnehmen. Und wenn du das hörst von deinem Arzt, musst du sagen, okay, ich muss meine Bandscheibe entlasten. Und das geht eben dadurch, dass wir die Muskulatur entlasten. Das ist gar nicht so einfach, wie das geht. Das wirst du im Laufe der Zeit auch hier auf meinem Kanal erfahren. Lade dich ein, den Kanal zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren. Dann bekommst du mal Informationen. Ich werde es aber ganz, ganz genau erklären von der Entstehung bis sozusagen der Lösung, die man machen kann, um sozusagen diese Muskulatur wieder auf Länge zu bringen. Grundsätzlich sind das Dehnungsübungen. Aber wer schon mal Dehnungsübungen gemacht hat, merkt, dass das vielleicht gar nicht so einfach geht, wie man sich das so vorstellt. Ja, die zweite Frage ist, tut es denn wirklich dort auch weh? Und das wissen wir nicht. Es kann irgendwas sein, was weh tut. Gut, aber wenn wir es sozusagen schon mal in MRT gemacht haben, die Bandscheibenvorwölbung sehen, sollten wir zumindest an dieser Vorwölbung mal arbeiten. Aber es kann natürlich sein, dass einfach die Muskulatur wehtut, dass irgendein Muskelansatz wehtut, dass es vielleicht was ganz anderes ist, dass noch ein Bandscheibenvorfall zwei Etagen höher ist, dass irgendeine Abnutzung wehtut, dass eine Arthrose vorliegt im Rücken. Das ist alles möglich. Auch hier werde ich dir, wenn du möchtest, noch viele Informationen zu liefern. Aber sozusagen das heutige Thema ist ja sozusagen, ist eine Bandscheibenvorwölbung schlimm oder nicht? Ja, es ist schlimm. Es ist zwar an sich nicht schlimm in dem Sinne, aber es muss dir einfach ein Alarmsignal sein, etwas zu tun. Du musst deine Muskulatur dehnen, noch besser, wenn du sie vorhin dehnbar machst. Aber wie das geht, das erfährst du weiter. Ich habe zu dem Thema Bandscheibenvorwölbung, Bandscheibenprotusion viele Videos gemacht. Ich werde noch viele Videos machen, weil das ein Thema ist, was völlig unterrepräsentiert ist. Und insofern wirst du unten in den Kommentaren immer mehr Videos finden, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Ich würde mich freuen, dich wieder zu begrüßen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.